Was soll das ist? Bones. Bones? Aha. Das geht auch knochern. Bones, achso, knochern. Weißt du doch. Ich tu. Willst du jetzt mal gucken? Warte mal. Warte mal. Ja, dann habe ich eine gegeben. An sich auch. Hier. Das sind so eins Kaninchen. Ich lasse sie mal runter. Die Kaninchen hören sehr doll. Ja. So, da hinten haben wir noch ein paar. Aber dich und dich. Hallo. Der hast du hier gerade gehabt. Oh. Auch gut. Ich hier. Das ist auch eine. So, da haben wir dich. Das ist? Chiara. Aha. Mann, die Haare von den Jucken. Hallo. Weißt du nicht? Die schwitzt doch ganz schön. Oh, wie süß. Du möchtest jetzt keine Gurgel? Ja, du möchtest jetzt keine Gurgel. Oh, die ganze Kühe ist ja schon. Die schwitzt bestimmt. Willst du vielleicht jetzt noch den Gurgel haben? Nee. Oder? Opa. Äh. Na komm. Ja, also. Kannst du hier mal doch einfach hochlegen. Weißen Tum, die auf dem Arm sind. Haha, du wirst noch zählen. Das ist lustig, meinte ich. So, wo haben wir noch ein paar? Haben wir hier im Haus ein paar? Nein, da haben wir keinen. Nee, da ist keinen drin. Ich habe hier drin. Opa, ist das schwer. Nein, da haben wir auch keinen. Ähm, ähm, Kälchen drin. Nee, da sind auch rein. Da auch nicht. Da haben wir noch dich. Du frisst nämlich gerade. Hi. Da kommt's jetzt der Fell. Ich komm noch was am Buch nach. Was, wie viel ich eigentlich sind? Nicht, dass er ganz gestorben ist. Ja, da ist es ja. So, wo haben wir noch hier irgendeins? So, da haben wir noch eins gefunden. Ja? Welches ist das hier, was ich hier habe? Ganz hier? Koko. Koko ist das? Jo. Warte mal, bitte ich mal ein bisschen lauber. Oh ja, geben da auch wieder. Kannst du mal auf deine Hüte von meinen? Warte. Warte. Das ist sauber genug. Jetzt hier. Das bestimmt auch noch. Ach, da. So gern wollte sie keine Gurken. So, also haben wir eins. Da haben wir Nummer zwei. Genau. Hier hinten haben wir Nummer drei. Ach, was denn? Guck dir das mal an. Dann haben wir die nächste. So, nochmal. Eins, zwei. Das ist eine Schneeflocke übrigens. Die hat einen nackten Bauch. Du bist Schneeflocke, du hast einen nackten Bauch? Oh, das ist nicht toll. Muss man da hinschreiben. Ja. Einschreiben. Okay. Schneeflocke, nackter Bauch. Okay, das ist sonst irgendjemand von euch schreiben. Ich hab nicht so gute Schrift. Ähm, ja. Hier ist ihr Fell ab. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, okay. Kannst du nicht wieder auf den Boden legen? Nackter Bauch muss einfach treiben müssen. So. Achso. Wärkt ein bisschen krank, ne? Also abgemagert etwas. Das hier ist das eine. Das ist wohl ein bisschen krank. Also hier auf dem Dach muss man treiben. Wer ist denn da? Schneeflocke. So, da ist das zweite. Was ist das für Schneeflocke? Äh, also nackter Bauch und sie ist abgemagert. Hier haben wir Nummer drei und vier. Kuschelnweide. Hook und Laun. Hier ist Kiki. Da haben wir ein Kikikchen. Ey, alle haben nackten Bauch fast. Ja, sind die alle abgemagert. Schneeflocke. Und Kiki hat auch nackten Bauch. Warte, noch nicht aufreiben. Mach ich aber schon. Hehehe. Warte, warte. Warte, 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 warte. Die einen auch nackten Bauch haben. Ihr warte, kuschelt. Okay, die lacht erst mal. Natürlich, die mögen gerade kuscheln. Ich hab jetzt fünf. Da sind die zwei. Da haben wir eins. Das sind drei. Da haben wir eins. Das sind vier. Und da ist noch eins. Ach Puh. Das sind dann fünf. Also Puh hat keinen, was du brauchst. Ey, zeig mal bitte. Jo. Puh, der Teil der Fauchschule tut nix. Guck auch einmal in die Kamera bitte. Einmal freundlich. Ja, fein. So. So, dann haben wir fünf. Sollten sieben hier sein, oder? Ja. Sollten sieben hier sein. Guck mal hier unter den Häusern. Äh. Ach so, das ist ein ganzes Haus. Ach nee, doch nicht. Da haben wir keins. Ein Mix. So, gibts da noch mal frische Trinken? Ja. Genau, frische Trinken noch. Und ja. So. Ah, nicht viel Computer machen. Oh man. Dann haben wir auch nix. So. Und hier. So. So. Und hier. Nee, das hatten wir auch keins. Upsa. Guck auch kein Trinken. Da haben wir auch keine Trinken. Ja ja. Das heißt, wir haben ja fünf Kaninchen. Ja, aber warte, ich gebe es noch schlechter. Da! Der sechste! Das sechste! Ich weiß gar nicht, woher das kam, aber auch egal. Weil der ist auch gar nicht. Das klingt. Du bist doch kühlsch für die. Weißt du? Ich halte es noch auf dem Boden jetzt. Und die. Die Fell. Äh. So. Hier haben wir die auf jeden Fall. Äh. Da. Okay, das ist gerade scheu im Moment. Da, hier ist mein Haus. Und hier lässt sich ein Gorken mit da rein tun. Kann ich nicht mit die. So. 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 Du wirst. Das ist schon ein kleines Baby sozusagen. Einmal in die Kamera lächeln. Der hat aber auch gute und gesunde Augen. Du wirst. Du wirst. Wer ist denn das? Ähm. Schneefittchen. Wirst das glaube ich sein. Du wirst süß. Ist noch ziemlich verspät. Mhm. Scheint ziemlich jung zu sein. Ist noch ziemlich jung zu sein. Ist noch ziemlich jung. So. Alter. Wirst du. Jetzt muss. Unfall dich nur noch ein. Genau. Sissy. Müssen wir suchen. Oh. Stichwort kommt sie. Au. Die beißt. Die ist auch ziemlich viel spät da rum. Wer. Wer kommt wo? Da. Sissy. Die müssen noch. Ah. Der will nicht. Der will nicht. Okay. So. Da haben wir Sissy also. Ja. Peter mal kurz. Ah. Hier haben die Kaninchen extra ein Kaninchen noch gebaut. Ich hab ruhig einfach ein Kaninchen hochgegeben. So. Na ja. Maurice. Ja. Seht alle? Also Poo. Dort. Das ist Poo. Mini Poo. Oder ne eher. Der Poo. Zweites. Es gab mal Mini. Aber sie ist Poo. Dann das ist Chiara. Eine Chiara haben wir hier. Hier haben wir. Einen Baum. Baum. Also Knochen. Genau. Und so. Diesmal. War das Baum schon mal weiblich? Äh ne. Poo ist übrigens auch weiblich. Ja. Poo und Bones haben wir. Und Chiara haben wir. Ähm. Chiara ist weiblich. Und. So. Dann. Was ist jetzt ein Loch gekrabbelt? Sissy. Sissy ist ein Loch. Da haben wir. Da ist Coco. Warte. Warte. Das mal oben. Da haben wir ein Küke. Ne. Co. 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 Co2. Auch weiblich. Da haben wir keins. Ne. Kann ich es mal ausmachen? Nein. Kann ich nicht. Ah. Hier haben wir eins. Hier ist Schneewittchen glaub ich. Auch weiblich. Und noch ein kleines Kindchen. Ja. So. So. Und die Schneeflocke fehlt noch. Okay. Schneeflocke haben wir noch. Aber das Wasser. Da haben wir die Schneeflocke. Das macht einen ziemlich kranken Eindruck. Ja. Das war es jetzt auch hier vom Küchen Stall. Und ja. So. So. So.